um den Schuss von Jérôme Boateng abzuwehren und das 0 zu 0 in die Pause zu retten. Es ist ein Schweizer, der schliesslich den Ball versenkt. Mladen Petric trifft in der 73. Minute zum 1 zu 0 für den HSV. C. Roberto kommt von links und wird von Mario Gomez nicht richtig angegriffen. Das war's.